Papa, Mama, was ist das? Das geht dich nichts an. Es steht, dass wenn wir nicht 6500 Dollar in sieben Tagen aufbringen, verlieren wir das Geschäft. Wir wissen es, Liebes. Okay, also, was ist der Plan? Und wie kann ich helfen? Gar nichts. Bitte, misch dich nicht ein. Du weißt doch, ich habe ein paar Ideen, um die Verkaufszahlen zu steigern. Was weiß ein Kind wie du? Wie man ein Geschäft betreibt? Juli versucht nur zu helfen. Ich bitte nicht darum. Wir müssen einfach so arbeiten wie bisher. Und alles wird in Ordnung sein. Wir werden das Geschäft nicht retten, wenn wir nicht etwas Neues versuchen, Papa. Es gibt diese neue App. Sie heißt TikTok und wir können... Ich will nichts von dieser App wissen! Keine Sorge. Ich habe ein Marketing-Meeting mit einer Zeitung. Ich weiß, was ich tue. Keiner liest heutzutage mehr Zeitungen. Jeder benutzt sein Handy, um Dinge zu finden. Vielleicht sollten wir einmal auf sie hören. Wir hatten kein gutes Geschäft in letzter Zeit. Wenn ihr zwei eure Zeit verschwenden wollt, fein. Aber denkt nicht, dass ich Geld ausgeben werde. Für kindische Ideen. Es wird kein Geld kosten. Ich will nur... Ich verstehe es nicht. Wieso ist er so stur? Er meint es gut. Das weißt du nicht. Dein Papa ist nur... Er ist es gewohnt, die Dinge altmodisch anzugehen. Ich weiß, aber... Die altmodische Art wird unser Geschäft nicht retten. Welche Art denn? Ich zeige es dir. Okay, du kannst reinkommen. Wow, Julie, die sind so süß. Nicht wahr? Ich denke, wir können damit anfangen und dann... Was macht ihr da? Ich mache neue niedliche Donuts. Ich denke, die Leute werden sie wirklich lieben. Guck. Hey, sind meine Donuts nicht gut genug? Darum geht's nicht, Papa. Es ist nur... Die Leute heutzutage wollen neue und aufregende Dinge probieren. Hier, versuch mal. Stimmt nicht. Keiner sucht in einem Donutgeschäft einen... Panda. Sie wollen diese. Klassische glasierte mit heißem Kaffee. Meine Bestseller seit dem ersten Tag. Ah, und wegen dem Kaffee. Ich weiß jetzt, wie man Oreo-VPs macht. Hier, versuch mal. Nein, danke. Komm schon, Liebling. Ich denke, Julia hat einen guten Riecher. Versuch es. Ich betreibe dieses Geschäft schon 15 Jahre. Ich weiß genau, was gut läuft. Alt ist Gold. Sie hat keine Ahnung, was Leute wollen. Alte Wege öffnen keine neuen Türen, Papa. Bitte. Versuch es. Ich habe mich so bemüht und... Er probiert es nicht einmal. Vielleicht hat er recht. Bist du sicher, Leute werden diese kaufen wollen? Mama, vertrau mir. Das wird funktionieren. Außerdem ist das nur der erste Teil meines Plans. Okay. Dann lass Papa dich nicht entwohntigen in Ordnung. Lass mich das kosten. Okay. Okay. Ich denke, die ganzen Jahre, die du hier verbracht hast, waren nicht umsonst. Ich liebe es. Wirklich? Es ist so lecker. Und... So machen wir unseren neuen, süßen Panda-Donut. Das war toll, Mama. TikTok wird es lieben. Sollten wir nicht lieber doch dich filmen? Nein. So ist es authentischer. Vertrau mir. Wirklich? Ja. Ich brauche die Hilfe von euch beiden. Entschuldige, Papa. Wir machen gerade TikToks. Unser Familienunternehmen geht den Bach runter. Und ihr zwei spielt lieber mit euren Handys? Wir spielen nicht. So funktioniert Marketing heutzutage. Und ich verspreche dir, es wird mehr Kunden bringen, als diese Flyer es können. Ach ja? Ich sehe keine Kunden. Und du? Ich habe die Videos noch nicht hochgeladen. Ich kreiere vorher noch den Inhalt. Oh, und wir sind bei Grubhub, DoorDash und Uber Eats angemeldet. Unser Antrag sollte bald genehmigt werden. Ich sagte, ich werde kein Geld dafür ausgeben. Du zahlst ihnen nicht. Sie zahlen dir. Und das soll ich dir wirklich glauben? Nichts von dem, was wir hier tun, kostet etwas. Oh ja? Ja. Und woher habt ihr dann die Zutaten für diese Donuts? Oh ja, abgesehen von den Donut-Kosten natürlich. Aber wir können sie jederzeit auch teurer verkaufen. Ich wusste, du wirst Geld verschwenden. Wir haben drei Tage Zeit vor der Zwangsräumung. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass du es schlimmer machst. Wenn du mir nicht helfen willst, fein. Ich hole uns da auch ganz alleine raus. Alles okay, Liebes. Lass dich nicht entmutigen. Weißt du was? Wir müssen noch ein Video filmen, stimmt's? Komm schon. Okay. Los. Das ist unsere Spezialität. Ein Horn Donut. Ihr werdet es nicht glauben. Was? Das Video, das ich gepostet habe, hat schon über eine Million Aufrufe. Guck. Okay, und wie viel Geld bekommen wir dafür? Ich weiß nicht. Hat das Telefon nicht geklingelt? Ich habe unsere Nummer veröffentlicht. Nicht ein einziger Anruf. Wie kann das sein? Wieso ist kein Rufton? Wahrscheinlich, weil wir die Rechnung nicht bezahlt haben. Papa, wieso sagst du mir das nicht? Ich hätte keine Nummer angegeben. Es hätte ja sowieso keiner angerufen. Ich habe es dir gesagt. Du verschwendest deine Zeit mit dem ganzen Zeug. Nein, das tue ich nicht. Wie viele Bestellungen hast du von deinem Uber und den anderen Firmen bis jetzt bekommen? Unsere Anträge sind noch nicht genehmigt, aber ich bin sicher... Hallo, Roger. Hallo. Hallo. Hast du denn die Miete? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Aber ich verspreche, ich habe sie bald. Leider ist es zu spät. Ich brauche die Schlüssel bis morgen Abend. Nein. Du weißt, wie lange ich hier bin. Ich habe immer die Miete zeitlich bezahlt. Das Geschäft war etwas schwach, mehr nicht. Aber das ändert sich. Die Besitzer haben schon neue Mieter, die warten. Wenn du das Geld bis morgen nicht aufbringst, kann ich leider nichts tun. Es tut mir so leid. Was machst du jetzt? Wir können nichts tun. Nein. Wir sind ruiniert. Oh, hallo. Willkommen. Hallo. Wir hätten gern ein Dutzend Donuts, bitte. Natürlich. Ihr habt wohl meinen Flyer gesehen. Oh, nein. Entschuldigung. Ich habe das draußen auf dem Boden gefunden. Hier, bitte sehr. Wir haben euch eigentlich auf TikTok gesehen. Wir haben angerufen, aber die Nummer ging nicht. Also sind wir einfach hergekommen. Wirklich? Tut mir leid wegen dem Telefon. Und wir hatten technische Probleme. Oh, weil so viele bei euch anrufen, stimmt's? Oh mein Gott, die Panda-Donuts sind so süß. Danke. Danke. Die sind aber leider nicht Teil des Angebots. Oh, das ist kein Problem. Wir zahlen auch gerne den vollen Preis. Wir überraschen unser Büro damit. Oh, toll. Gebt mir nur eine Minute und ich packe sie euch ein. Ja? Siehst du? Zwei Kunden werden keine unternehmen. Hey, das ist das Geschäft von TikTok, oder? Oh ja. Komm doch rein. Sie sind die Frau im Video. Ich wusste, ich erkenne sie. Wow, Mama, du bist berühmt. Es scheint so. Ich helfe dir mit denen. Bitte komm, helft unserer neuen Kundin. Unser Uber Eats-Antrag wurde wohl genehmigt. Wir haben unsere erste Bestellung. Willkommen. Hallo. Kann ich Ihnen den glasierten Klassiker anbieten? Eigentlich bin ich hier wegen diesen Donuts auf TikTok. Habt ihr noch welche davon? Klar. Meine Tochter kümmert sich sofort um sie. Danke. Eure Nummer scheint nicht zu funktionieren. Entschuldigung dafür. Vielleicht sollte ich das Telefon wieder anschließen. Ja. Okay, das machen wir. Oh, äh. Unser Geschäft war noch nie so sehr beschäftigt. Was soll ich sagen? Ich hab's dir gesagt. Eine neue Grab-Up-Bestellung. Noch eine? Das ist unglaublich. Ich glaube, wir brauchen mehr von diesen Panda-Donuts. Vielleicht zeigst du mir, wie man sie macht? Ich dachte, Kunden wollen nur die glasierten Klassiker. Ich bin ein stolzer Mann. Aber ich bin nicht zu stolz, meine Fehler einzugestehen. Du hattest recht, Julie. Alte Wege öffnen keine neuen Türen. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch, Papa. Also, wow. Scheint, als hätte sich das Blatt gewendet. Das hat es. Du bist früh dran, aber hier hab ich das Geld. Bei diesem Tempo kann ich bestimmt bald den nächsten Monat bezahlen. Danke. Ich bin aber nicht deswegen gekommen. Meine Tochter hat diese tollen Panda-Donuts auf TikTok gesehen und wollte unbedingt herkommen. Gibt es noch welche? Wir finden sicher welche für dich. Willst du mit reinkommen? Okay. Also, wie hast du es geschafft? Es war nicht mein Verdienst, sondern der meiner Tochter. Hm. Vielleicht solltest du das Geschäft Julie's Donuts nennen. Eigentlich. Das ist gar keine schlechte Idee. Gratuliere. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020